Hallo und willkommen zum Kurzformat von Niedersachsen packt an. Grünkohl mit Peter2go. Ich bin Eva Völker. Heute stelle ich euch Samira Ekin-Günter aus Saarstedt bei Hannover vor. Sie kam mit 16 Jahren nach Deutschland. Ich bin Samira Ekin-Günter. Ich habe vier Kinder. Ursprünglich bin ich Türkin, aber in Libanon geboren. Als Samiras Vater 1992 stirbt, geht sie nach Deutschland, wo zwei ihrer Geschwister leben. Zunächst wohnt sie in Essen. Dort fühlt sie sich einsam, ohne ihre Eltern. Eine Möglichkeit zur Schule zu gehen, hat sie nicht. Sie heiratet, zieht von Essen nach Saarstedt und bekommt vier Kinder. Ab dem Jahr 2000 lebt sie in der Angst, dass sie und ihre Kinder abgeschoben werden. 2011 wird es dann konkret. Ich habe vor einem fremden Mann einen Anruf bekommen, dass ich wirklich am Dienstag morgens um drei Uhr abgeholt werde mit meinen Kindern zum Flughafen. Der anonyme Anrufer, der sie vorgewarnt hat, gehört vermutlich zu dem Unterstützerkreis aus Saarstedt, der ein Kirchenasyl für Samira und ihre Kinder organisiert. Drei Monate verbringt die Familie in der Kapelle der Paulus-Gemeinde. 20 Menschen sind es, die in der Zeit darum bemüht sind, das Leben für die Familie auf 20 Quadratmetern so angenehm wie möglich zu machen. An diese Zeit denkt Samira mit gemischten Gefühlen zurück. Manchmal denke ich schon, das war wunderschön und manchmal sage ich, das war sehr schlimm. Die schwierige Zeit des Kirchenasyls nimmt ein gutes Ende. Durch die Heirat mit ihrem deutschen Mann erhält Samira ein Bleiberecht. Ein Grund, weshalb sich so viele Menschen in Saarstedt für sie eingesetzt haben, liegt darin, dass Samira sich seit Jahren ehrenamtlich in der kleinen Stadt engagiert. Ob im Sozialkaufhaus, beim Sport für Migrantinnen oder im Familienzentrum. Als Saarstedt 2015 Geflüchtete aufnahm, sprang Samira ein. Da waren auch hier in Saarstedt fast 2000 Leute. Da habe ich auch als Dolmetscher geholfen und am Ende habe ich ein Pflegekind auch aufgenommen. Ihre leiblichen Kinder sind inzwischen erwachsen. Sie sind ihre Schätze, wie sie sagt. Sie sind in Saarstedt groß geworden. Durch die Solidarität, die Samira Ekin-Günter 2011 von den Bürgerinnen und Bürgern aus Saarstedt erfahren hat, fühlt auch sie sich in Saarstedt zu Hause. Es ist zu Hause, dieses Wort, wo man sagt, meine Seele. Ich glaube, den Fisch können nicht ohne Wasser leben und ohne Meer leben. Und Saarstedt ist für mich, es ist genau wie Wasser und Luft und Atmen. Ich glaube, ich bin in der richtigen Stadt in Saarstedt. Ich fühle mich sehr, sehr, sehr wohl. Soweit die Geschichte von Samira Ekin-Günter. Das war es wieder mal von Grünkohl mit Peter to go. Ein Video mit Samira findet ihr im Web unter Zuhause in Niedersachsen. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismithue.niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.